Okidoki, ach du Scheiße, was mir passiert. Ich bin ja noch im Geländemodus. Erstmal die Lampe wieder einbauen. Rot nach hinten, weiß nach vorne. Wo verliere ich die eigentlich jedes Mal? Die für Thorsten bereitgelegten Fichtenstämme sind acht Meter lang und wiegen zwischen 500 und 700 Kilogramm. Jetzt legen wir hier mal zwei drauf. So, die liegen jetzt ziemlich weit weg hier, die Stämme. Mal gucken, ob wir noch an ein paar rankommen, hoffentlich. Oh Mann ey, jetzt drehe ich doch gleich durch. Der Kran geht jetzt gerade nicht mehr. Das Auto hat sich bewegt, während ich das Holz beigezogen habe. Das Stützband hat sich verdreht. Das ist kein 90 Grad mehr, sondern nur noch 75. Wenn ich jetzt da drüben hinlage, geht das Auto in eine Schräglage mehr wie 7 Grad, dann hat jeder Kran einen Notschalter. Bei 7 Grad schaltet der alles aus. Sonst schmeißt du das Auto um. Der hat sich jetzt gerade eingeschaltet. Also jetzt gucken wir mal, ob wir das Stützband da gerade kriegen, dass ich hier noch ein bisschen kranern kann. Der sogenannte Lastmomentbegrenzer im Kran sorgt dafür, dass bei Kippgefahr oder Überlastung alle Kranbewegungen abgeschaltet werden. Fertig, komm nicht mehr ran. So, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Kuttei hängen, dass wir die scheiß Stämme da raufkriechen. So eine Rotze, so eine Verringte, so eine Scheiße. Jetzt noch weiter vom Weg weggeboldert. Obwohl, es ist ja gar kein Weg. Scheiße.